Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Einrichtung eurer neuen Fritzbox an einem 1&1 Anschluss. Die meisten von euch werden den Router vom Anbieter bekommen haben, so sieht es in unserem Fall auch aus. Ihr müsst eure Fritzbox bereits am Strom hängen haben und eine Netzwerkverbindung per Kabel oder per WLAN aufgebaut haben. Wenn das der Fall ist, können wir loslegen. Startet euren Browser und gebt oben in die Adresszeile fritz.box ein. An dieser Stelle empfiehlt euch die Box ein Kennwort zu vergeben, wozu ich euch auch dringend rate. Mit diesem Kennwort loggt ihr euch in Zukunft auf der Fritzbox ein. Denkt euch bitte ein anderes Kennwort aus als das, was ich hier nehme und klickt auf OK. Im nächsten Schritt werdet ihr auch gleich das erste Mal aufgefordert, das Kennwort einzugeben, was ihr gerade vergeben habt. Die Fritzbox verbindet sich jetzt mit dem 1&1 Server. Dieser Vorgang kann ein klein wenig dauern. Hier seht ihr nun den Bildschirm für die automatische Einrichtung. Ihr solltet von 1&1 ein Schreiben bekommen haben, wo euer Einrichtungscode draufsteht. Gebt diesen Code in die Felder ein. Ihr werdet hier natürlich einen anderen Code eingeben als ich. Nach der Eingabe klickt ihr auf Weiter. Ihre Fritzbox wird jetzt eingerichtet. Das kann bei euch nun etwas dauern. Ich verkürze das Ganze hier mal. Wenn alles glatt läuft, war die Einrichtung erfolgreich. Und wir können hier noch unsere Rufnummern sehen, die auch gleich mit eingetragen werden. Und irgendwie hat sich hier ein schwarzes Quadrat reingeschummelt. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Hm, egal. Wir klicken den Punkt mit der Einrichtung ihrer Telefone, Faxgeräte und Anrufbeantworter fortfahren an und klicken auf Weiter. Nun könnt ihr eure Telefoniegeräte einem bestimmten Anschluss und auch je eine eigene Rufnummer zuweisen. Unsere Box hat zwei Anschlüsse für analoge Telefone. Mit einem Klick rechts auf das Bearbeiten-Symbol fangen wir mit dem Anschluss von 1 an. Hier könnt ihr, wenn ihr wollt, die Bezeichnung ändern und hier unten die Rufnummer für ausgehende Anrufe auswählen. Schon wieder dieses schwarze Quadrat. Hm. Diese Nummer, die ihr hier auswählt, wird beim Telefonieren übermittelt und dem Angerufenen angezeigt. In den Einstellungen für ankommende Anrufe könnt ihr einstellen, ob das Telefon am Fon1-Anschluss auf alle Rufnummern reagieren soll. In unserem Fall soll das Telefon nur klingen, wenn uns jemand auf dieser einen Rufnummer anruft, die wir auch für die außen gehenden Anrufe ausgewählt haben. Wenn alles soweit in Ordnung ist, klickt ihr auf OK. Das gleiche könnt ihr mit dem Fon2-Anschluss auch machen. Vorausgesetzt, euer Modell besitzt zwei analoge Anschlüsse. Diesen Teil überspringen wir jetzt. Und jetzt haben wir auch schon schwarze Rechtecke. Im nächsten Schritt wird euch nochmal der Name des Funk-Netzwerkes, das eure Fritzbox aufbaut, angezeigt und auch der vom Werk eingestellte WLAN-Schlüssel. Wenn ihr auf WLAN-Einstellung Anzeigen drucken klickt, öffnet sich ein zweites Fenster. Dort stehen noch einmal alle relevanten Zugangsdaten für eure WLAN-Verbindung. Wenn ihr auf eurem Smartphone einen QR-Code-Scanner installiert habt, könnt ihr mit dem Abscannen dieses Codes eine WLAN-Verbindung mit der Fritzbox herstellen, ohne dass ihr den Schlüssel eintippen müsst. Ihr könnt hier, wenn ihr wollt, die WLAN-Einstellung noch abändern. Ihr müsst euch hier jetzt aber nicht festlegen. Diese Einstellungen lassen sich später auch noch jederzeit ändern. Wir schließen hier nun mit einem Klick auf Assistentenfertigstellen ab. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben ihren 1&1-Anschluss erfolgreich eingerichtet. Na, das freut mich sehr. Wir gehen noch einmal zurück zur Box und klicken oben links auf Übersicht. Das wird in Zukunft die Startsäure eurer Fritzbox sein. Hier haben wir die Anschlussdaten in dem Überblick. Internet, Verbundenseite, Anbieter, Geschwindigkeit, Telefonie, wie viele Rufnummern aktiv sind und das andere ist ja selbsterklärend. Und damit haben wir es. Viel Spaß beim Surfen, sage ich euch. Schönen Dank fürs Zuschauen und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen, ein Abo oder einen Kommentar freuen. Oder schaut doch einfach mal auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!